Musik Du suchst den Weg zur Stelle deines Lebens? Dann nutze deine Chance und steige jetzt bei uns ein. Die Alptal Verkehrsgesellschaft gehört in der Region zu den größten Arbeitgebern und ist vorrangig für die Personenbeförderung und den Güterverkehr zuständig. Jeden Tag verkehren hunderte von Zügen auf unserem Schienennetz. Signale und Weichen sorgen für die Sicherheit der Zugfahrten. Diese Weichen und Signale werden durch Fahrdienstleiter aus der zentralen Leitstelle in Karlsruhe heraus bedient und überwacht. Starte deine Karriere als Fahrdienstleiter und übernehme täglich Verantwortung für rund 300.000 Fahrgäste. Als Fahrdienstleiter koordinierst du die Zugfahrten auf unserem Schienennetz. Gehe diesen Weg mit der Berufsausbildung als Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung. Dabei lernst du Grundlagen des Bahnbetriebes, die Bedienung von elektronischen Stellwerken und Rollaisstellwerken, also alles, um unsere Fahrgäste sicher und pünktlich an ihr Ziel zu bringen. Treten Abweichungen und Störungen auf, sperrst du Gleise und leitest die Züge um. Während deiner Arbeit stehst du im ständigen Kontakt mit den Zugführern. Übernimm Verantwortung für unser Netz. Bei uns wirst du während deiner Ausbildung individuell gefördert und profitierst von erfahrenen Ausbildern. Außerdem warten viele tolle Zusatzleistungen auf dich. Beginne deinen Weg jetzt!